Ja, Vater, wir wollen dir wirklich das von ganzem Herzen sagen, dass du würdig bist, dass du herrlich bist, dass du der allmächtige Gott, der sich so hingegeben hat für uns, deine Liebe so oft gezeigt hast und in so krasser, intensive Weise. Du bist würdig, Herr, und ich danke dir, Vater, dass wir das hier auf der Erde lernen dürfen, dich zu anbeten, dich zu loben, Herr, weil wir das im Himmel die ganze Zeit machen werden, Herr. Dein Angesicht schauen, deine Herrlichkeit sehen und staunen darüber, was wir in unserem Leben hier erleben durften und vieles, was wir noch gar nicht bemerkt haben, wo du in unserem Leben jetzt wirkst, Herr, und vielleicht auch, wie stark deine Gegenwart heute Morgen hier ist, wie sehr du heute Morgen zu uns sprechen möchtest. Vater, ich bete, dass du uns jetzt hilfst, dass wir wirklich aufmerksame, konzentrierte Herzen haben, die einen Hunger haben, Herr, die nicht nur Wissensdurst haben, weil wir unseren Kopf irgendwie füllen wollen, sondern die Herzensdurst haben, weil wir erkannt haben, dass wir dich brauchen und Sehnsucht haben, dich noch viel mehr in unserem Leben zu sehen und zu erkennen. Halleluja. Amen. Du darfst dich gerne setzen. Wunderbar, dass du da bist. Ich hoffe, du fühlst dich umarmt in der Gegenwart Gottes. Es ist so schön, hier zu sein. Vielleicht hast du diesen Satz schon mal gehört. Man kann ja nicht immer nur lieben. Das ist vielleicht ein Satz, der gut und pragmatisch gemeint ist, aber vielleicht hast du den Satz schon mal gehört oder selbst gesagt. Und vielleicht erkennen wir heute Morgen ein bisschen, wie stumpfsinnig und destruktiv dieser Satz ist. Weil, wenn eins klar ist in der Botschaft von Jesus, ist, dass wir lieben sollen. Und darum soll es ja 8 Uhr am Sonntag immer gehen. Und ich will gleich rein starten in das Leben Jesu. Da wollen wir heute in Markus 2 ein bisschen reinschauen. Und wenn wir Geschichten sehen von Jesus, dann ist das ja immer zweierlei. Dann ist das immer dieser Zuspruch, wo wir erkennen, wie sehr Gott uns liebt. Und das dürfen wir persönlich nehmen, wie sehr Gott mich liebt. Aber gleichzeitig ist das auch immer dieser Anspruch, dass ich erkenne auch, das ist das, was Gott in meinem Leben tun möchte. So soll ich ja meine Nächsten lieben. Also immer beides dieser Zuspruch, den ich am besten immer zuerst hören sollte und dann auch dieser Anspruch. Und wenn wir in Markus 2 gleich am Anfang sehen, dann starte ich einfach mal Vers 1. Also Markus 2, Vers 1 und folgende. Ich lese aus der Neues Leben Übersetzung. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Die Nachricht von seiner Ankunft verbreitete sich schnell in der ganzen Stadt. Es dauerte nicht lange. Da war das Haus, in dem er wohnte, von Besuchern überfüllt, sodass kein einziger mehr Platz hatte. Nicht einmal draußen vor der Tür. Und er verkündete ihnen Gottes Wort. Also wir sehen hier, dass Jesus, auch wenn du in den Kapitel davor mal guckst, dieses erste Kapitel bei Markus ist ja vollgepackt mit Dingen, die er getan hat. So ein Lieblingswort von Markus ist und dann und nun. Das findest du, weil ich habe das noch nie gezählt. Aber die ganze Zeit ist wie ein Reporter rast da dahinter Jesus her, weil Jesus so viele Dinge tut. Und da sehen wir, dass Jesus gepredigt hat schon, dass er schon jemanden geheilt hat, dass er viele Leute geheilt hat, Menschen von dunklen Mächten befreit hat. Also Jesus hat schon ziemlich viel getan. Und wir lesen später auch, dass nicht nur aus Kapernaum, aus dieser kleinen Stadt, Menschen vor Ort waren, sondern aus ganz Israel kamen die Leute, weil sie sehen wollten, was hat das mit diesem Jesus auf sich. Und vielleicht kann ich da Gott irgendwie erleben, wie ich es noch nie erlebt habe. Und wir sehen hier, dass wie so ein bisschen bei einer Facebook-Party, wo viel zu viele Leute eingeladen sind und kommen, ist das Haus randvoll. Ich stelle mir so vor, ich hatte mal so eine Geburtstagsfeier, wo ich viel zu viele Leute eingeladen habe für meine kleine Wohnung. Da saßen die überall auf dem Tisch, auf dem Bett, auf dem Sofa, auf der Spüle, auf der Heizung, auf dem Kühlschrank sitzt jemand. Ich weiß nicht, ob das Haus da mal so Fenster hatte. Dann standen sie bestimmt an den Fenstern, manche vielleicht an der Wand, an der Hauswand, um Worte von Jesus zu hören. Also es war verrückt. Die Menschen hatten sowas noch nie gesehen. Und jetzt rannten sie, damit sie einen vorderen Platz bekommen. Genau, das Haus war voll. Und Lukas 5 erzählt uns die gleiche Geschichte, fügt noch hinzu, dass sogar VIPs bei den Gästen waren. Da war Schriftgelehrte, da waren Pharisäer. Da gehen wir von aus, dass die ziemlich weit vorne saßen oder standen. Und wir sehen, dass die Menschen Hunger hatten, aus ganz Israel kamen. Und dass sogar, sagt Lukas 5, die Kraft des Herrn anwesend war, um sie zu heilen. Also es war irgendwie eine Atmosphäre da, wo man gemerkt hat, hey, jetzt passiert vielleicht bald was Großes. Und gut, dass ich hier bin. Und ich gebe auf keinen Platz, auf keinen Fall gebe ich meinen Platz jetzt wieder frei, den ich gerade habe. Aber wie es auch bei einer Party immer ist, kommen Leute zu spät. Da kommen 5 Freunde um die Ecke, die sehen, wow, das ganze Haus ist innen und außen, alles voll. Sie sehen Rechtsleute, Linksleute, Vorneleute, Hintenleute. Dann denken sie sich, okay, ja, keine Chance da reinzukommen. Das sind nicht 5 normale Freunde, sondern 4 Freunde, die einen Freund tragen, der an den Füßen lahm ist. Also der eine, der kann gar nicht laufen, wird von den 4 anderen getragen. Und ich stelle mir so vor, dass der Lahme sagt, hey, Jungs, bringt mich da rein. Und die Freunde sagen, schon mal geguckt, Gelähmter, da ist kein Platz, da können wir nicht rein. Und der Gelähmter sagt, hey, Jungs, ich bin nicht umsonst heute aufgestanden. Heute und jetzt ist der Moment meines Lebens und ich werde dort reinkommen zu Jesus. Jesus, er schaut, rechts sind Leute, links sind Leute, vorne sind Leute, hinten sind Leute. Graben, so ein Loch graben, unterirdisch zu Jesus kommen, ist ein bisschen sehr aufwendig. Also was bleibt, wir kommen von oben. Und sie schaffen es tatsächlich, auf das Hausdach zu kommen, ein Loch zu buddeln. Sie lassen den Lahmen runter vor die Füße Jesu. Und jetzt kommt der spannende Moment und das ist mein erster Punkt. Du kannst die Liebe nicht stören. Der spannende Moment ist, als der Gelähmte plötzlich runtergelassen wurde vor den Augen Jesu und plötzlich da liegt auf dem Boden und in die Augen Jesu schaut. Und ich weiß nicht, was in seinem Herzen, was in seinen Gedanken vorgegangen ist, als er das erste Mal in die Augen Jesu geschaut hat. Vielleicht hat er Anklage gehabt, vielleicht dachte er sich, oh man, ich störe hier die ganze Versammlung. Und das war tatsächlich eine großartige Störung. Wir lesen, dass die Gegenwart Gottes da war, um Menschen zu heilen. Und in dieser gesalbten Atmosphäre macht es plötzlich ein Riesengeräusch und jemand stürzt zu Boden. Also eine schlechtere Störung gibt es eigentlich gar nicht. Für den Sohn Gottes, der gerade eine gesalbte Predigt hält und diese Predigt wahrscheinlich vom letzten Punkt einfach stört. Sowas geht eigentlich gar nicht. Und er war ja nicht der Einzige. Da standen lauter Leute rum, die nicht nur theologische Fragen hatten, die sie gerne einmal wüssten, weil sie nicht bis zum Himmel warten können, sondern das waren Menschen, vielleicht mit Krankheiten, vielleicht mit psychischen Problemen, die wirklich eine Begegnung mit Gott brauchten. Und jetzt platzt er da einfach rein. Und das lesen wir nicht, aber ich stelle mir vor, dass Jesu tolles weißes Gewand, in dem Film hat er ja immer ein weißes Gewand, ich weiß nicht, welches Farbe er hatte, plötzlich dreckig wurde. Staub, Sand in seine Haare rieselt, in sein Gesicht, in seine Augen vielleicht. Vielleicht, also man könnte sich vorstellen, dass das kaum eine größere Störung hätte sein können in dieser tollen Predigt von Jesus. Und was macht Jesus? Er ist nicht genervt und sagt, Oida, jetzt störst du unseren Gottesdienst hier, wer denkst du denn, wer du bist? Gottes Liebe dreht sich nie genervt weg und verdreht die Augen. Und wie kostbar ist das zu wissen, dass wenn ich zu Jesus komme, sei es noch so ungelegen, wie auch immer, sei es noch mit so vielen Problemen, wie auch immer, Jesus ist nie genervt. Und Jesus sagt nie, kriegst du wohl nie hin, oder? Es ist so kostbar zu erkennen, dass die Liebe Gottes nie genervt ist, nie frustriert ist mit mir. Natürlich sieht die Liebe Gottes ziemlich klar Dinge, die sie verändern will in meinem Leben, aber Jesus ist nie genervt. Du wirst aus dem Mund Jesu niemals hören. Oh Mann, was willst du denn jetzt schon wieder? Oder schau dich mal an. Wird es nicht langsam Zeit, dass wir uns bessern? Wenn Gott so denken würde über mich, dann hätte ich echt ein Problem. Weil ich bei manchen Punkten in seinem Lehrplan noch ziemlich langsam bin. Aber die Liebe Jesu ist nie, nie genervt. Warum ist sie nie genervt? Weil das diese Agape-Liebe ist, die die Bibel als die göttliche Liebe beschreibt. Diese Liebe, die sich nicht abhängig macht von dir, von deinem Aussehen, von deinem Verhalten, von deiner Leistung, von deiner Sünde. Die Liebe Gottes macht sich nicht abhängig von irgendetwas, was mit dir zu tun hat. Und wie kostbar ist das, wenn ich das tief verstehe, dass die Liebe Gottes sich nicht abhängig macht von dem, was ich tue oder nicht tue. Die Liebe Gottes ist bedingungslos und unveränderlich, weil mein Wert unveränderlich ist und sich nicht durch irgendetwas, was du tust oder was ich tue, jemals ändern wird. Und wie kostbar ist es, wenn ich das erkenne? Und dann erkenne ich auch, den einzigen Weg, um mehr zu lieben, in der Liebe zu wachsen, ist nicht, dass ich mich anstrenge. Ist nicht, dass ich irgendwie auch was Gutes in deinem Leben suche. Sagen wir mal, du bist irgendwie ein Arbeitskollege von mir und du gehst mir jeden Tag sowas auf vorne auf die Nerven. Und dann bete ich, oh Gott, du weißt, diesen Arbeitskollegen, der nervt mich so sehr und dann sagt der Heilige Geist, aber er hat doch auch Stärken. Das wird der Heilige Geist, glaube ich, niemals sagen, weil es nichts mit dieser göttlichen Liebe zu tun hat. Mehr auf deine Stärken zu gucken oder was du auch gut machst, ist rein menschliche Liebe. Ist nicht ganz falsch. Aber es lehrt mich nicht, diese bedingungslose Liebe, die dich genauso liebt, liebt, wenn du zehn Jahre noch weitermachst, mich zu nerven. Und die Frage ist eher, warum lasse ich mich nerven? Die Liebe Gottes ist nie genervt. Versicherungsexperten haben mal berechnet, was dein Körper, wie er hier so schick da sitzt, eigentlich wert ist. Und sie haben gefunden, dass dein Körper wahrscheinlich ungefähr 44 Millionen Euro wert ist. Wie haben sie das berechnet? Sie haben zum Beispiel berechnet, das Kostbarste an deinem Körper sind deine beiden vielleicht gesunden Lungenflügel. Wenn man die verkaufen würde, ich weiß nicht ganz auswendig, aber dann kriegt man, glaube ich, etwa 200.000 Euro. Also wenn du deine beiden Lungenflügel weggeben würdest, spenden würdest, dann würdest du dir schon mehr Stange Geld bekommen. Wenn du dein Herz weggeben würdest, dann würdest du auch ziemlich viel Geld bekommen. Wenn du deine Leber weggeben würdest, deinen Darm oder Frauen ihre Muttermilch oder die Eizellen, Männer Samenzellen, das würde ziemlich viel Geld machen. Und die Versicherung würde deinem Körper wahrscheinlich ungefähr 40 Millionen Euro an Wert geben. Das ist doch einiges. Das ist schon mal mehr, als wir uns oft selbst geben würden. Aber die Liebe Gottes hat natürlich nichts mit deinem Körper zu tun. Die Liebe Gottes hat nur damit etwas zu tun, dass Gott dich geschaffen hat im Ebenbild Gottes, dich erlöst hat und seinen Sohn hingegeben hat. Und der dritte Grund ist, weil Gott permanent und immer noch unabhängig von deinem Lebensweg diese Veranlagung und dieses Ziel sieht, dieses Ebenbild Gottes vollständig in dir wiederherzustellen. Und immer, wenn ich merke, ich liebe jemanden nicht, ich gebe ihm nicht den Wert, dann sollte ich mich nicht mehr anstrengen, das zu tun, sondern dann sollte ich mich fragen, aus welcher Wurzel, aus welcher Quelle sprudelt denn diese Liebe? Das kommt daher, dass ich unter dem Kreuz bin und erkenne den Preis, den Jesus für dich bezahlt hat. Dass ich erkenne, du bist geschaffen im Ebenbild Gottes, du bist geschaffen für das Ebenbild Gottes, zu das du wieder verwandelt werden sollst. Und das gerät nie aus den Augen Gottes. Immer wenn ich etwas anderes nehme, dein Aussehen, deine Karriere, deine Gesundheit, deine Nettigkeit, deine Sympathie, dein Witz, deine Coolness, immer dann komme ich auf schiefe Wege und sehe dich nicht mehr mit den Augen Gottes. Die Augen Gottes lieben dich, weil du im Ebenbild Gottes geschaffen bist, weil da ein Preis für dich bezahlt wurde, der deinen Wert beschreibt und weil Gott nie aus den Augen lässt, wozu er dich geschaffen und erlöst hat. Und dazu kannst du nicht tief genug sinken, dass Gott das vergessen würde. Und ich weiß nicht, was deine Strategie ist, wenn du merkst, irgendjemand nervt dich. Was ist deine Strategie? Gut essen und ein bisschen ausschlafen, das hilft schon mal. Ein bisschen weniger Stress haben, nicht immer möglich, aber hilft auch. Aber das sind alles völlig menschliche, nicht schlechte, aber völlig menschliche Strategien, die dir nichts über die Liebe Gottes lehren. Und wie schade es ist, wenn ich denke, wenn ich von jemandem genervt bin, ich mir denke, ich muss ein bisschen mehr Bibel lesen. Und nach ein bisschen mehr Bibel lesen, ob ich das schaffe oder nicht, merkt jemand auch, ich bin genervt, weil du dich ja nicht verändert hast. Und ich verstehe, das Problem von Mangel der Liebe bist, nicht du, sondern es ist mein Herz und was ich in dir sehe. Und wie kostbar ist das? Wenn ich das tiefer stehe, dann kann ich jeden immer lieben, unabhängig, was er mir antut. Und das wäre cool, oder? Wie viele Tränen vergießen wir? Wie viel psychologische Seelsorge wird in Anspruch genommen, weil wir diese göttliche Liebe nicht lernen, weil sie vielleicht gar nicht verstehen? Und dann nehmen wir den Seelsorger und das Gebet und das und das und das in Anspruch auf uns das Buch über Traurigkeit. Aber wir lernen die Liebe Gottes nicht, die sich nicht abhängig macht von irgendwas. Merkst du, was ich meine? Diese Liebe Gottes, die einfach fest steht über dir, über jedem, über mir, ein für allemal und wie schön ist das, wenn ich das lerne, bevor ich in Rente gehe. Es ist gut, wenn ich es lerne in der Rente, aber warum nicht vorher? Das Wort Gottes überschreibt uns, die Liebe Gottes, ziemlich klar. Wenn ich genervt bin oder gereizt bin von jemandem, dann sollte ich nicht bei einem anderen der Situation, meiner Gesundheit die Schuld suchen, dass ich wenig geschlafen habe, sondern dass mir Offenbarung fehlt, was Jesus getan hat am Kreuz und wie hoch der Preis war, der bezahlt wurde für dich und für mich. Und wie schön ist es, wenn ich gegen jemanden konkret Anklage in meinem Herzen habe, weil ich mir denke, so darf ein Christ nicht leben, was tut er mir an, was geht in seinem Herzen eigentlich ab? Dann komme ich unter das Kreuz, sehe, was Jesus für mich bezahlt hat, aber merke plötzlich auch, dass neben mir auch jemand steht und zwar diese Person, für die Jesus den gleichen Preis bezahlt hat. Jesus hat uns vorgelebt, Feinde zu lieben und das ist das deutlichste Beispiel dafür, dass Liebe nichts mit dem Verhalten oder dem, was der andere tut, zu tun hat. Und wie viel Leid, wie viel Traurigkeit, Tränen würden wir uns sparen, wenn wir das umarmen und wenn wir Bedingungen für deinen Wert endlich beiseite lassen würden. Wie schön ist das, wenn ich im Gebet das verstehe und merke, Gott ist nie genervt von mir. Selbst wenn ich das Blödste getan habe, was ich mir nur vorstellen könnte oder überrascht bin, wie lange ich auch ohne Gott ausgehalten habe zu leben, was auch immer, wie schön ist es, wenn ich eins verstanden habe, dass Gott nie genervt ist von mir, sondern eine Seelsucht hat nach mir, dass ich zu ihm komme. Mein zweiter Punkt ist, was wir sehen bei Jesus, die Liebe sucht dein höchstes Wohl. Der überraschendste Vers dieses Kapitels ist, Vers 5. Da heißt es, als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, dann eine kurze Pause, ich glaube nicht, dass das ein übernatürlicher Blick von Jesus war. Um den Glauben von diesen Leuten zu sehen, brauchst du keine geistliche Unterscheidungsfähigkeit. Dass jemand plötzlich durch die Decke bricht, einen Gelähmten runterlässt, obwohl das ganze Haus bei jedem Eingang frei ist, dafür brauchst du nicht den Heiligen Geist, um zu merken, wow, die Leute meinen es ernst. Also das war etwas sehr, sehr Offensichtliches. Und dann sagt Jesus zu diesem Gelähmten, du bist geheilt. Nein, er sagt zuerst, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Hat das Jesus nicht ganz gecheckt, dass hier gerade ein Lama vor ihm hingelegt wurde und Raman darfst raten, was der sich wohl wünscht. Das ist nicht neue Schule, sondern natürlich, dass er nach Hause gehen kann, wie er schon von so vielen gehört hat, die krank kamen und gesund gingen. Warum sagt Jesus so was? Und ich denke mir, dass der Mann selbst am meisten erst mal gestutzt hat und sich dachte, was haben denn jetzt meine Sünden mit meinen Füßen zu tun? Und da sehen wir so ein interessantes, spannendes Prinzip, die Liebe sucht dein Höchstes. Auch, wenn wir das gar nicht kennen oder wollen. Die Liebe sucht mein Höchstes, weil sie meinen Wert sieht, was wir gerade gesehen haben, aber auch, weil sie meine Berufung vor Augen hat. Und meine Berufung ist nicht in erster Linie Arzt in Afrika, sondern meine Berufung finden wir in Römer 8, ist, dass ich verwandelt werde in das Ebenbild Jesu. Das ist meine höchste Berufung und nach dem sollte ich zuallererst suchen und streben. Das ist nicht, welchen Partner soll ich heiraten, in welches Land soll ich als Missionar gehen, welchen Arbeit soll ich tun. Das ist alles wichtig. Aber zuerst kommt die erste Berufung, dass jeder von uns verwandelt wird in das Bild Jesu. Dass ich diese Gesinnung, diese Art zu denken bekomme, wie Jesus gedacht hat. Und wenn ich sage, dass das höchste Ziel der Liebe Gottes in deinem Leben ist, dich in deine Berufung zu führen, dann an alle Mütter, natürlich sollst du deinem Kind noch Milch geben, natürlich haben wir auch verschiedene Verantwortlichkeiten, wo wir Menschen versorgen sollen, aber das höchste Ziel der Liebe Gottes ist nicht einfach nur, dass es mir irgendwie hier irdisch gut geht, sondern es immer, dass ich vorankomme in meiner Berufung. Und Jesus sagt hier, diesen ersten Punkt, den dieser Mann brauchte, den vielleicht wir brauchen, deine Sünden sind dir vergeben. Das zeigt uns einmal diese Vergebung, wo Jesus uns alles vergibt, was wir bisher getan haben, aber im gleichen Atemzug auch diese Vergebung ab jetzt, dass Gott aufhört, meine Sünden zu zählen. 2. Korinther 5 sagt, dass Gott der Welt, also auch mir, die Sünden nicht mehr anrechnet. Das heißt, mein Sündenkonto wurde geschlossen. Sünde schadet mir natürlich, aber Gott hat schon längst die Lösung dafür. Für Gott ist das kein großes Problem mehr, weil Jesus ist ja schon gestorben. Für mich oder für meine Mitmenschen, denen ich Böses antue, ist das natürlich ein Problem. Aber es trennt mich nicht mehr auf ewig von Gott, weil Vergebung ist ja da. Die Lösung ist schon links da. Und ich kann natürlich 10 Jahre über Buße reden, ich kann 10 Jahre darüber reden, wie sehr mein Körper Nahrung braucht und gar nicht erkennen, dass ich am Tisch sitze, der voll gedeckt ist. Natürlich braucht mein Körper Nahrung, aber ich habe ja Essen. Also sollte ich natürlich meine Bedürftigkeit der Vergebung erkennen und sagen, ja, ich muss Buße tun, ich brauche Buße, ich brauche Vergebung, aber ich darf sofort hingehen, mir es schmecken lassen und mich stärken lassen, dass ich gehe und lebe als jemandem, dem längst vergeben wurde. Und nicht mit dem Sündenbewusstsein, oh, wie kann Gott mich nur lieben, wenn ich das gemacht habe, oh, die Sünde war so groß und wie kann Gott eigentlich den lieben, weil der ist ja echt ein großer Sünder. Völliges Problembewusstsein, wo ich nur die Bedürftigkeit von uns Menschen sehe und nicht verstehe, dass dieses Problem schon längst gelöst wurde, wenn ich das tatsächlich für mich in Anspruch nehme. und diese Art und Weise, dass die Liebe Gottes nicht einfach nur dir das gibt, was du willst, das sehen wir zum Beispiel bei Paulus, für was Paulus alles betet für die Leute in den verschiedenen Gemeinden. Der betet nie für eine Beförderung im Job, für mehr Geld, für mehr Gesundheit, für mehr irgendetwas Menschliches, Irdisches. Es ist nicht falsch, dafür zu beten, aber die Priorität ist ganz klar Reich Gottes und dass du deine Berufung tatsächlich in Anspruch nimmst, dass wir nicht nur davon reden, nicht nur dafür beten, sondern dass deine Arbeitskollege, dass deine Familie zu Hause sehen kann, wow, du hast dich verändert, du bist nicht mehr der, der du mal warst und das ist, was wir wollen. Das sehen wir auch bei Jesus, bei vielen Stellen könnte ich da nennen, aber Johannes 13 bei der Fußwaschung, wo Jesus zu Petrus kommt, ihm die Füße waschen will und er sagt, nein, das kommt mal gar nicht, das klappt in meinem Hirn nicht, dass der Sohn Gottes mir die Füße wäscht und Jesus sagt, hey, ich habe viel mehr für dich, was du noch gar nicht verstehst. Und so ist die Liebe. Die Liebe gibt dir viel, viel mehr als das, was du fragst. Und dein Höchstes, mein Höchstes, das erkennen wir oft gar nicht. Und in dem Fall hier, bei diesem Mann, war es die Vergebung, dass er versteht, zwischen Gott und mir ist offene Tür. Ich muss keine Sünden mehr abbezahlen, abbeten, abfasten, ab irgendwas, sondern Gott hat mir einfach vergeben. Und wie schön ist es, wenn ich permanent mit diesem Bewusstsein lebe, ich bin frei. Ich bin frei. Mir wurde vergeben. Ich muss nicht mehr krampfhaft auf Sünde gucken und zählen. Wenn mir was auffällt, natürlich, dann sage ich Gott, das ist gar nicht dein Plan. Vergib mir. Es war blöd. Wenn ich jemanden nicht geachtet habe, wenn jemand mir egal war, natürlich sollte ich dann Buße tun. Natürlich sollte ich dann sagen, das ist doch der selbstzentrierte Weg der Dunkelheit, der völlig destruktiv ist. Und sage ich, nein, so will ich nicht leben. und ich richte meine Augen wieder auf das, was Gott mir geschenkt hat, was ich geworden bin. Und verharre nicht stundenlang in der Buße und weine und weine und weine und weine und weine und komme da gar nicht raus, sondern ich richte meinen Blick auf das Neue und nehme dieses Geschenk an. Es ist so wichtig, dass ich das verstehe, weil Menschen oft zu dir kommen und völlig falsche Erwartungen haben. Wer kennt das nicht, dass Menschen irgendwie Forderungen in dir sagen, wo du irgendwie merkst, ich habe echt, also ich versuche in der Liebe zu leben, aber darauf habe ich überhaupt keine Lust. In meinem Herzen stellt sich da sowas von quer, dass ich demjenigen jetzt helfen will. Ich will eigentlich helfen, aber irgendwie spüre ich keinen Frieden. Dann kann das ein Unfrieden vom Heiligen Geist sein, dass er dich lehren will, auf das Höchste dieses Menschen zu schauen. Das kennen wir natürlich von der Erziehung, dass ich meinem Kind nicht alles gebe, was er mich so bittet. Natürlich gebe ich ihm nicht alles, was er bittet. Natürlich gebe ich ihm nicht alles, was er wünscht. Das wäre ein sehr schlechter Vater, wenn ich ihm alles geben würde, was er sich wünscht, weil er noch nicht ganz weiß, was gut für ihn ist. Und wenn wir von Gott als dem Vater reden, dann ist das natürlich auch gemeint, dass Gott mich erzieht. Nicht aus einem Herzen voller Strafe und voller Ärger und voller oh Mann, wann kriegst du es endlich hin, sondern weil Gott mein Höchstes, weil Gott dein Höchstes vor Augen hat. Römer 8 sagt, dass alles, was Gott in unserem Leben tut, dient uns zum Besten. Alles. Das heißt, dass ich manchmal wenig Geld habe, dass ich manchmal einsam bin, dass ich warten muss auf Familie, dass ich warten muss auf Gesundheit, dass ich warten muss auf viele Dinge, hat oft damit zu tun, dass Gott dir mehr geben will. Und wie schön es ist, wenn mein Herz dafür offen ist, dass ich nicht eine Kampagne nach der anderen für meinen Willen mache, weil ich irgendeinen Vers in der Bibel gefunden habe, der das bestätigt und ich merke nicht, wie der Vater noch viel höhere Ziele für mich hat. Wäre cool, wenn ich nicht 30 Jahre im Gebet vergeude, um für Ziele zu kämpfen, wo ich irgendwie einen Vers in der Bibel finde, aber es nicht vom Heiligen Geist gerade der nächste Schritt ist für mich. Dass ich viel mehr frage, Gott, was willst du mich lehren? Wie kann diese Situation mich verwandeln in das Bild, wozu du mich geschaffen hast? Ich glaube, das ist eine sehr realistische und effektive Weise, im Glauben zu wachsen. Nicht wünschen, hinterher zu laufen. Anders gesagt, nicht jedem Wunsch ins Herz zu laufen. Gott gibt uns auch Wünsche ins Herz. Aber nicht jedem Wunsch, hinterher zu sein und dieses Bewusstsein zu haben. Ich habe einen unbezahlbaren Wert, aber Gott hat auch eine Richtung und einen Weg für mich. Und das erleichtert mich dann von Anklagen, die anderen gegen mich bringen und sagen, ja, wenn du wirklich Christ bist, wenn du mich wirklich liebst, dann machst du das und das. Wenn jemand so manipulativ redet, dann ist das ziemlich wahrscheinlich nicht der Wille Gottes, dass du das tust. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht alles das tun, was Menschen erwarten, was Menschen sich wünschen. Sei es auch noch so guter Wunsch. Aber wenn Menschen zu dir kommen und sagen, bitte bete für mich, dass ich das bekomme, du merkst aber, das ist gerade gar nicht der Wille Gottes in deinem Leben, sondern es ist viel mehr der Wille Gottes, dass du deine Augen richtest auf das Göttliche und nicht auf das Irdische, dann ist es wahrscheinlich gut, dass ich sage, ich bete für dich, aber nicht das, was du jetzt denkst. Ich bete was viel Höheres für dich. Ich bete vielleicht noch nicht für einen Ehepartner. Ich bete nicht für eine Versetzung. Ich bete nicht für, dass Menschen jetzt gut von dir reden, sondern ich bete vielleicht für was viel, viel Höheres. Und wie kostbar ist das, wenn ich das verstehe, dann bekomme ich nämlich eine Kühnheit, weil ich von Gott erkannt habe, für was ich in deinem Leben beten soll und was ich dir tun soll und was nicht. Im Judasbrief heißt es, dass wir Menschen unterstützen sollen. Menschen, die finanzielle Nöte haben oder andere Nöte haben, aber wir sollen unterscheiden. Was unterscheiden? Zwischen denen, die würdig sind und nicht würdig sind? Nein. Zwischen den Menschen oder zwischen den Arten der Hilfe, die effektiv sind für ihre Berufung und den Arten zu helfen, die nicht effektiv sind für ihre Berufung. Und einfach Geld geben oder einfach irgendwas geben, damit Menschen Danke sagen, ist vielleicht nicht der Segen, der höchste Segen, den Gott gerade geben möchte. Mein dritter Punkt ist, du kannst wieder lieben. Jesus hat diesem Mann gerade gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Die Pharisäer sagen, warte mal, habe ich gerade richtig gehört? Nur Gott kann doch Sünden vergeben. Und Jesus rechtfertigt sich und sagt, was ist denn leichter, zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder zu den Gelähmten zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Ich dachte früher immer, das wäre so ein Stockbett, was er dann irgendwie so durch die Tür tragen muss. Das war so eine kleine Matte, die er sich auf die Schulter legen konnte. Was ist jetzt leichter, zu sagen, dir ist vergeben oder steh auf vor allen Augen und geh nach Hause. Rhetorische Frage. Jesus sagt dann in Vers 10, ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn auf der Erde die Vollmacht besitzt, Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause, denn du bist geheilt. Als er das sagte, war er noch am Boden. Der wusste ja noch nicht, was ich so sagen würde. Aber Jesus sagt, du bist geheilt. Der Mann sprang auf, nahm die Matte und Lukas fügte noch hinzu und lobte Gott. Rastete wahrscheinlich völlig aus und dachte, wow, meine Füße, meine Füße, meine Füße, sie können wieder laufen. Jesus spricht ein Wort und erwartet Glauben von diesem Mann. Wenn dieser Mann ihn wiederholt hätte, wie lange er schon krank wäre, wäre er geheilt worden? Nein. Wenn der Mann ihm beschrieben hätte, wie schwierig das ist, wie sehr das weh tut, das stimmt alles. Aber Jesus hatte doch gesagt, du bist geheilt. Wir finden andere Stellen im Neuen Testament, die uns zusprechen. Wir sind geheilt. Dass das eine Zeit lang dauern kann, stimmt. Aber warum nicht? Das Wort Gottes viel höher achten als meine Prägung, als das, was meine grauen Zellen bisher in meinem Leben analysiert haben. Nach der Begegnung ist dieser Mensch ein völlig neuer Mensch. Und das steht auch dafür, wenn ich erst Vergebung bekomme und dann darf ich diese Verwandlung erwarten. Ich spreche jetzt nicht nur über diese Heilung, sondern auch diese Übertragung. Wenn ich als Gelähmter nicht fähig bin zu lieben, nicht fähig bin voranzukommen, nachdem Jesus mir zuspricht, ich bin fähig, ja dann bin ich fähig. Und dieser Satz, der am Anfang stand, man kann ja nicht immer nur lieben, das ist ein großes Missverständnis, wenn es darüber spricht, dass Menschen es würdig sind. Weil Menschen sind es immer würdig, geliebt zu werden. Unabhängig von ihrem Verhalten. Wenn es das anspricht, dass es nicht immer gut für die Menschen ist, dann stimmt das. Aber Liebe tut nicht immer nur das, was du wünschst. Also sollte ich immer lieben, ob ich jemanden erziehe oder ihn segne mit irgendwas. Und drittens ist dieser Satz falsch, weil wenn die Fähigkeit angesprochen wird, Jesus zu dir sagt, du bist fähig. Du bist fähig zu lieben. Dein Verstand ist vielleicht noch nicht so weit. Der hoppelt vielleicht noch ein bisschen hinterher. Aber du bist, ich bin fähig zu lieben mit der Liebe von Römer 5,5, die ausgegossen in meinem Herzen ist, was nicht eine Liebe ist, die mich einfach schön fühlen lässt, sondern wie in den nächsten Versen beschrieben wurde, die liebt, unabhängig von dem, was du tust, die liebt, obwohl jemand sehr, sehr sündig lebt. Gottesliebe liebte mich, als ich noch Sünder war. Und diese Liebe, keine andere, diese Liebe ist in dein Herz ausgegossen. Das heißt, du kannst den schlimmsten Sünder lieben. Den schlimmsten Sünder, den du gar nicht kennst, irgendwo im hintersten asiatischen Dorf. Aber du kannst genauso den Sünder lieben, der dich ins Gesicht spuckt und dich ins Gesicht lügt, dich beschimpft, dich beleidigt. Den kannst du genauso lieben. Und wie kostbar ist das, wenn ich das glaube? Wie schade ist das, wenn ich denke, ja, ich müsste erst zwei Wochen beten, nur dann kann ich ihn Liebe lieben. Nein, ich kann ihn jetzt lieben, wenn ich diese göttliche Liebe verstanden habe, die sich nicht von Bedingungen abhängig macht. Ich muss zum Schluss kommen. Ja, ich will dich sehr ermutigen, wenn du Herausforderungen hast mit Liebe, und ich schätze, dass niemand hier im Raum sitzt, der das nicht hat, lass uns lernen, wie die Liebe Gottes denkt. Dass sie den Wert des Menschen sieht und keine Bedingungen stellt für die Liebe. Lass uns lernen, dass wir so lieben, nicht in erster Linie, was dieser Mensch will, sondern in erster Linie, was dieser Mensch braucht. Und lass uns lieben mit dem Bewusstsein, ich kann lieben. Ich bin eine neue Schöpfung. Es kann nichts passieren in meinem Leben. Kein Mensch kann mir irgendetwas tun, was ich nicht verkraften könnte, wenn ich eine Sehnsucht habe, die Liebe Gottes zu verstehen. Dann wird Vergebung leicht. Jesus konnte leicht vergeben. Und immer, wenn ich das in den siebten Himmel schiebe, was ich ja eh gar nicht kann, was vielleicht nur der Pastor kann, oder irgendwelche gesalbten Männer Gottes, ja, dann schiebe ich meine Berufung beiseite. Und wie schade ist das, wenn ich nicht glaube, dass ich eine neue Schöpfung bin und gefüllt bin mit der Liebe Gottes. Und dann, wenn ich viel, viel, viel mein Versagen erkenne, in diesen drei Punkten, ja, dann darf ich voller Zuversicht zum Vater kommen und sagen, Gott, ich will so leben für das, was du mich geschaffen hast. Ich will das in Anspruch nehmen. Lehre mich. Und dieses Gebet erhört Gott immer, weil es genau ins Schwarze deiner Berufung trifft. Vater, ich danke dir sehr herzlich für diesen Morgen. Danke, Vater, dass wir hier versammelt sein dürfen. Danke, Heiliger Geist, dass du da bist. Und ich bete, Vater, Herr, für diese drei Aspekte, dass wir unseren Wert erkennen, den du einmal beschrieben hast. Und zwar mit dem Blut, mit dem Leben deines Sohnes. Dass wir verstehen, dass die Liebe ein viel höheres Ziel hat, um einfach nur dazu zu führen, dass ich mich oder der andere sich irgendwie besser fühlt. Sondern, dass wir diese höchste Berufung im Auge haben. Und auch, dass wir deinem Wort glauben. Das sagt, dass ich geheilt bin innerlich. Dass ich bereit bin, zu lieben, auf übernatürliche Art und Weise. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns auf diesem Weg, in diesem Prozess, bis zu dieser Erkenntnis, zu dieser Erkenntnis, die Stück für Stück für Stück kommt, dass du uns da wunderbar gnädig und geduldig und liebevoll leitest. Und dass du niemals genervt von uns bist. Amen. Musik 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 Musik